Eure Fragen rund ums Thema Fußballschuhe heute beantwortet im Video. Peace Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Format hier auf eurem Fußballschuhkanal. Nummer 1 und zwar ein neues Format, in dem ich eure Fragen zum Thema Fußballschuh beantworte. Das Ganze nennt sich FragRonaldo, kennt ihr vielleicht vom Zeitkanal. Nur hier geht es wirklich um das Thema Fußballschuh. Wir wollen eure Fragen beantworten, die sehr, sehr häufig gestellt werden zum Thema Fußballschuh. Also euch da draußen helfen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und jetzt aber ab in die erste Folge. Wer kennt es nicht, ihr habt mal wieder im Internet einen Fußballschuh bestellt, wartet dann natürlich wieder gespannt, wann kommt er endlich an. Dann ist es soweit, man hat den Fußballschuh endlich zu Hause, packt ihn aus, findet ihn optisch extrem cool. Zieht ihn dann an und merkt dann, oh, scheiße, das passt ja gar nicht. Der ist ja zu klein. Genau das ist nämlich die heutige Frage für die erste Episode dieses neuen Formats. Und zwar geht es hier darum, was kann ich machen, wenn der Fußballschuh mir nicht passt, beziehungsweise wenn der Fußballschuh zu klein ist, wie bekomme ich ihn größer? Da muss ich mal ganz kurz dazwischengrätschen, ich habe es vergessen. Natürlich geht es auch um das Thema, was kann man tun, wenn der Fußballschuh etwas zu groß ist, sprich in meinem Fußballschuh leicht rutscht und damit der Fußballschuh nicht passt, das klären wir natürlich auch. Das haben nämlich sehr, sehr viele von euch gefragt und das wollen wir heute klären. Diese Frage bekomme ich nämlich sehr, sehr häufig gestellt und heute wollen wir das Ganze auch mal beantworten. Allgemein, was kann man tun, um einen Fußballschuh größer zu machen, beziehungsweise welche Tipps gibt es, wenn der Fußballschuh nicht perfekt passt. Erstmal für die, die vielleicht neu auf diesem Kanal sind und das noch nicht kennen, wir haben für euch extra eine Seite entwickelt, dein-fußballschuh.de. Dort könnt ihr nämlich herausfinden, welcher Fußballschuh passt denn eigentlich perfekt zu meinem Fuß, zu meinem Spielstil, zu meinen Vorstellungen. Dort könnt ihr quasi den Fragenkatalog beantworten, dort eure Eingaben machen und am Ende von diesem Vorgang bekommt dann quasi ihr euren perfekten Fußballschuh vorgeschlagen oder eure perfekten Fußballschuhe und könnt dann da quasi den richtigen bestellen. Wir haben da auch ein richtig gutes Sale-Angebot und hier auch nochmal der Hinweis, falls ihr bei dein-fußballschuh.de einen Fußballschuh bestellt, der nicht passt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, den Fußballschuh kostenfrei innerhalb von 14 Tagen zurückzuschicken. Sprich, ihr könnt den Schuh zu Hause anprobieren, wenn ihr merkt, okay, das passt nicht ganz, habt ihr die Möglichkeit, ihn wieder zurückzuschicken. Das ist auch wirklich der Tipp Nummer 1, wenn der Fußballschuh viel zu klein ist, wird sich hier leider nichts tun lassen, so viel muss ich schon mal vorweg geben. Es gibt natürlich gleich viele Tipps, was man tun kann, aber wenn der Fußballschuh deutlich zu klein ist, dann empfehle ich euch definitiv, den Fußballschuh nach dem Anprobieren wieder zurückzuschicken, denn die meisten Online-Shops bieten das auch an. Sobald natürlich auch der Fußballschuh im Originalzustand ist, das solltet ihr auch beachten, den Fußballschuh als nicht auf den Fußballplatz einlaufen und dabei zu kicken, sondern einfach zu Hause anprobieren, im Originalzustand lassen und dann könnt ihr das Ganze auch meistens zumindest kostenfrei wieder zurückschicken, so wie auch bei uns bei deinemnussfußballshow.de. Das ist also sehr, sehr wichtig auf jeden Fall und der einfachste Tipp, denn es ist natürlich klar, dass man einen Fußballschuh, der jetzt eine halbe Nummer kleiner ist, nicht direkt eine Nummer größer bekommt. Das ist ganz, ganz einfach gesagt nicht möglich. Nichtsdestotrotz haben wir für euch natürlich zwei Tipps am Start, die helfen. Falls der Fußballschuh nicht ganz passt bzw. Druckstellen hat, da gibt es auf jeden Fall Tipps aus dem Internet und die haben wir auch für euch getestet. Dennoch gibt es, wie gesagt, ein paar Tricks, um die passformes Fußballschuße zu verändern. Ich bin kein riesen Fan davon, aber viele stören drauf und ich muss sagen, ein der beiden Tricks funktioniert auch sehr gut, der andere ist auf jeden Fall Geschmackssache. Aber wir wollen das Ganze natürlich auch für euch testen, ihr kennt es vielleicht aus den Boothacks. Wir starten mal mit dem Trick, den ich tatsächlich auch sehr gut finde, aber bei dem man auch einiges beachten sollte. Und zwar das Thema Hot Water Trick, den kennt ihr wahrscheinlich von CR7, und der hat ihn sehr bekannt gemacht vor den Spielen, hat er damals auch schon Bilder gepostet, indem er den Fußballschuh mit warmem Wasser, das ist auch das Richtige, nicht heißes Wasser, so wie der Trick heißt, sondern mit warmem Wasser, die Stellen des Fußballschuhs nass zu machen, an denen ihr Druckstellen habt. Sprich, dass sich das Umaterial weicher wird, elastischer wird und dann ist es natürlich wichtig, den Fußballschuh im Anschluss anzuziehen und wirklich den Fußballschuh am besten einzulaufen. Sprich, dass ihr dabei Fußbildung macht und so weiter. Notfalls geht es auch, dass man den Fußballschuh nur anhat, aber am effektivsten ist es tatsächlich, wenn man mit dem Fußballschuh ja quasi rennt, beziehungsweise joggt oder halt auch so ein bisschen kickt, angenehm. Das hilft auch, dass die Einlaufphase des Fußballschuhs deutlich verringert wird, aber es hilft natürlich nicht, den Fußballschuh größer zu machen, sondern dadurch werden natürlich die Druckstellen ein bisschen verbessert, dass das Umaterial sich da in der Position ein bisschen besser anpassen kann, dass die Druckstellen nicht mehr so durchkommen. Aber ich muss sagen, das funktionierte Niederstelle des Fußballschuhs ist aber auf jeden Fall ein Notfalltrick, falls nichts anderes hilft. Bisschen besseren Komfort hat, als es vorher der Fall war. An dieser Stelle hake ich mir ganz kurz ein, und zwar wollen wir natürlich auch klären, was kann man tun, wenn der Fußballschuh etwas zu groß ist, sprich, wenn man innerhalb von Fußballschuh leicht rutscht. Da gibt es einen sehr, sehr simplen Trick, und zwar das Ganze nennt sich natürlich Krippsocken. Ich hoffe, die meisten von euch kennen es schon, denn es bringt nicht nur, wenn der Fußballschuh etwas zu groß ist, sondern auch generell, um den Lockdown innerhalb des Fußballschuhs einfach nochmal zu verbessern. Was genau sind Krippsocken? Ganz simpel, Krippsocken haben quasi in der Schuhsohle Kripppunkte, die dadurch helfen, dass man innerhalb von Fußballschuhs nicht mehr rutscht, sondern quasi wie so Gummisticks hat, die dann in der Sohle dafür sorgen, dass der Fuß nicht mehr rutschen kann. Das hilft auf jeden Fall auch, wenn man einen Fußballschuh etwas zu groß hat. Natürlich nicht, wenn der Fußballschuh immer zu groß ist, aber wenn man merkt, okay, ein bisschen Luft habe ich, ich habe das Gefühl, ich rutsche leicht, dann helfen auf jeden Fall Krippsocken enorm, denn dadurch hat man, wie gesagt, die Möglichkeit, dass diese Kripppunkte mit der Sohle arbeiten und dadurch ein Verrutschen verringert wird. Falls ihr euch Krippsocken zulegen wollt, ihr findet natürlich unten nochmal einen Blogbeitrag zum Thema Sport und Krippsocken. Dort habt ihr auch quasi die beliebtesten Krippsocken verlinkt. Wir haben auch schon ein Video dazu gedreht, könnt ihr auch gerne mal abchecken. Das ist auf jeden Fall ein simpler Trick, der hilft wirklich, das Thema Lockdown zu verbessern und falls der Fußballschuh etwas zu groß ist, das zu beheben. Trick Nummer zwei, den man im Internet auch sehr, sehr häufig findet, ist das Thema Kühlschrank. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ihr habt es vielleicht in der Bootec-Folge schon gesehen und zwar schwören viele darauf, dass man einen Beutel voll mit Wasser macht und dann quasi diesen Beutel voll Wasser im Fußballschuh verstaut, dass es quasi alle Ecken und Kanten ausfüllt und dann über Nacht im Gefrierfach lässt. So weitet sich das Obermaterial und dadurch quasi der Fußballschuh etwas breiter wird. Wichtig dabei ist, bzw. der Vorteil dabei ist, man muss natürlich auch das Unmaterial achtgeben. Was gut ist, wenn das Wasser gefriert, dehnt es sich hier aus und das aber nicht schlagartig, sondern sehr langsam und dadurch geht das Unmaterial des Fußballschuhs nicht so schnell kaputt. Hier kann man auf jeden Fall erheben, dass der Fußballschuh etwas breiter wird, etwas größer ist, vielleicht wird rieben, aber es passt sich noch ein bisschen an, falls man wirklich ein klein bisschen zu wenig Platz im Fußballschuh hat. Aber auch dieser Trick hilft natürlich nicht, um den Fußballschuh eine halbe Nummer größer zu machen. Das ist nahezu unmöglich. Ihr habt also gehört, es ist leider nicht möglich, den Fußballschuh unendlich größer zu machen. Das ist auch logisch, denn der Fußballschuh muss natürlich auch Stabilität bieten. Falls ihr mehr Fußballschuh-Hacks haben wollt, wisst ihr natürlich Infokarte abchecken oder mal die Boot-Hacks-Folgen auf diesem Kanal abchecken. Hier gibt es auch einen Unterschied bei den Fußballschuhen zwischen Synthetik- und Lederfußballschuhen. Bei Lederfußballschuhen ist natürlich die Anpassung etwas besser als bei Synthetik-Fußballschuhen, da das Unmaterialien besser arbeiten kann. Bei Synthetik-Fußballschuhen ist es noch schwieriger, um den Fußballschuh größer zu bekommen bzw. auch zu halten. Falls ihr nicht wisst, welcher Fußballschuh zu euch passt, habt ihr es jetzt gehört, Link zu deinem-fußballschuh.de findet ihr unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr herausfinden, welcher Fußballschuh passt zu dir. Dort habt ihr auch gleich die Fußballschuhe im Shop. Könnt ihr dort bestellen. Zum einen sind die dort günstiger als sonst wo bzw. wir haben hier immer Sale-Angebote zu den neuesten Fußballschuhen und zum anderen habt ihr es gehört. Ihr könnt den Fußballschuh zu Hause anprobieren und falls er nicht passt, kostenfrei wieder zurückschicken. Also ganz, ganz easy, falls ihr nicht wisst oder euch sicher seid, welcher Fußballschuh passt zu mir. Außerdem wollte ich hier noch mal einen kleinen Tipp geben zwischen den drei Marken. Es gibt sehr unterschiedliche Schuhgrößen und auch Systeme. Das haben mich auch viele gefragt. Wenn ich in Adidas D-Größe habe, was soll ich bei Puma usw. tragen? Allgemein kann man sagen, dass Puma-Fußballschuhe größer ausfallen als Adidas und Nike. In meinem Beispiel, ich habe bei Adidas 42,2,3, bei Nike 42,5 und bei Puma 42. Sprich, Puma hole ich mir immer eine halbe Nummer kleiner, weil die Fußballschuhe an sich etwas größer ausfallen. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Außerdem, falls ihr den Fußballschuh für breite Füße, für schmale und mittlere Füße sucht, wisst ihr natürlich bei deinemusfußballschuh.de. Habt ihr die Möglichkeit, eure Fußform zu filtern und damit nur die Fußballschuhe quasi als Empfehlung zu bekommen, die auch zu eurer Fußform passen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Dann habt ihr auch keine Probleme und müsst diese Tricks gar nicht anwenden. Das soll aber tatsächlich die erste Folge gewesen sein. Bin sehr gespannt auf euer Feedback, ob das Ganze häufiger kommen soll. Denn diese Woche bzw. nächste Woche wird es dann auch noch ein neues Format geben. Sprich, das erste von zwei neuen Formaten hier auf dem Fußballschuhkanal Nr. 1. Das war es auch schon wieder mit dem neuen Format. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und natürlich, falls ihr eine Frage habt, gerne schon mal einen Kommentar da lassen. Vielleicht seid ihr dann in der nächsten Folge am Start. Genauso gerne Feedback da lassen. Gefällt euch das Ganze? Wollt ihr sowas häufiger sehen? Oder sagt ihr nein? Lieber wieder zurück zu den anderen Videos. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Wir probieren das Ganze mal aus. Ich denke, es ist auf jeden Fall nützlich. Bin aber natürlich auf euer Feedback gespannt. Das soll es zum neuen Video gewesen sein. Diese Woche kommen noch Special-Videos. Seid auf jeden Fall gespannt. Dann diese Woche wird es endlich soweit sein, dass mindestens eins davon kommen wird. Also, falls ihr nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.